Die versuche ich jetzt zu vermehren. Finger weg, meine Karotte. Wirst du davon in Gold klumpen? Die habe ich kurz gefunden. Sieht aus wie ein Goldzahn. Bei allem der Ende hat doch Zähne, ne? Jetzt spuckst du schon Zähne aus? Ich würde es mal untersuchen lassen. Wir brauchen keine Pferde. Jetzt gehe ich ja weg von meinen Karotten. Momentan, ich habe noch eine. Anfang der Folge hatte ich kein Pferd gefunden. Jetzt? Was hast du mit dem anderen Pferd gemacht? Ja, das ist die Sporen. Warum? Ich bin ungewünscht. Man muss die beschriften, dass die eben nicht die Sporen sind. Voll komisch. Ja, jetzt weiß ich ja. Ja, jetzt weiß ich. Ich habe jetzt so ein Namensschild. Aber kein Pferd mehr. Ja, du hast recht. Ja, hier steht eine Kuh. Falls kein Pferd nicht. So, dann wollen wir mal gucken, ob das... So, dann wollen wir mal gucken, ob das... Aua, Echo. Hey, das Knochen mir hilft. Die Karotten sind schon gewachsen und fertig. Sollte ich nicht teilen. Was meinst du? Sollte ich jetzt nicht teilen. Dankeschön. Du kannst jetzt gerne eine Karotte haben und sie dann weiter vermehren. Genau. Jetzt will ich nicht mehr. Okay, dein Pech. Mir egal. So. Sollte ich nicht mehr. Sollte ich nicht mehr. Weißt du, hast Karotten? Hallo, Karotten. Wie ihr habt alle Karotten? Wieso habe ich keine Karotten? Jetzt hast du doch welche. So willst du eigentlich. Ich habe auch keine. Die sind alles so fies. Die machen alles ohne uns. Ähm, Gürtel, ich werde zur Zeit übrigens zu Hause. Ich finde dich mehr nach Hause. Ich finde meinen zweiten Hund nicht mehr. Okay, dann geben. Oh, es ist nur sinnvoll, es ist wieder dunkel. Kann mir mal jemand nach Hause losen, weil ich bin gerade bis zum Dschungel gerannt. Moment. Wieso hast du keine Karte dabei? Ne, ich bin ja einmal gestorben. Ja, warum machst du denn sowas? Du weißt doch, dass Sterben nicht gesund ist. Ähm, direkt andere Richtung. Oh, Enderman. Oh, Enderman. Geht genau geradeaus, dann kommst du zu uns. Mann, da muss ich ja durch den Dschungel. Naja? Wo sehen? Ne, das sind nur die... Mann, das sind nur die großen Bäume, Gordel. Mann, du verwirrst mich. Ja? Ähm, oder du kannst rechtstätig die Wüste. Wo sehen? Hast du den jetzt gekillt, oder? Nein, der hat sich schon im Wechsel von dir. Ja, warum? Die kommen ja normalerweise wieder her und greifen wieder an. Ich kriege nicht, normalerweise nicht. Ich kriege nicht. Ha! Das heißt, ich baue mir jetzt ein Wasserhaus. Dann werde ich meine Ruhe verdienen. Du brauchst einfach nur ein 3-Blockhoes Haus, weil da ist ja 3 Blöcke hoch. Ich kann das nicht in ein 2-Blockhoes Haus geliefert werden. Max, wo rennst du denn hin? Du musst jetzt nach rechts. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, das ist Berg. Der Berg hoch. So, kann mir morgen jemand vielleicht bei der Hilfe nachher ein Pferd suchen? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Also, jetzt gucken wir mal. Wo ist der Max? Bist du schon wieder da? Ja, ja, der ist schon wieder da. Au! Enderman! Ähm, bitte nicht in den Keller gucken. Da ist ein Enderman. Oh, da ist ein Hund erstmal. Hey! Ja, lass bitte meinen Hund in Ruhe. Ähm, dein Hund lässt mich aber nicht in Ruhe. Ich mach den gleich kalt wenn du nicht weit anzeigst. Aus! Aus! Also, ich würde euch sehr bitten, äh, mein Grundstück für eine Weile nicht zu betreten. Da hier 3 Creeper irgendwie auf dem Baum hoppen und ich hab Angst, dass die hier irgendwann kommen. Ja, hier oben hat sich bisher noch nicht viel getan und nie die Schlafzimmer. Okay, Schlafzimmer. Ja. Sonst hab ich bisher noch nicht. Ach, ne Decke hast du aber eingezogen, gell? Ja, die Decke hab ich jetzt angezogen. Okay. Was sagst du, ich hätt ein riesen Haus, sonst macht mir ja fast Konkurrenz. Das ist ja noch klein. Oh, ich hör doch irgendwas hinter mir. Ich trau mich nicht, mich umzudrehen. What? Ah, ich dachte, ich hätt ein Ziel. So, dann geh ich mal zum kleinen, was? Mal gucken, wie bei der R jetzt ist. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Äh, so, aber fast. Äh, wo wir hier echt ohne Scheiß nicht folgen sitzen, macht der immer schön schwuppdiwupp und fertig. Unser kleiner angehender Architekt hier. Hallo. 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 Ganz still ist er und baut sein Zeug, während wir hier lauter Mist reden und uns mit Endermännern anlegen. Sorry. Just for fun. Erzähl doch mal was, was hast du hier vor? Ja. 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 Das war meine. Ja. 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 Deswegen weiß ich nicht, was du hier alles hattest, also halbvoll. Guck eine Hundeschnauze raus. Hauen wir es raus. Nein. Wann schaue ich mal, treten wir dagegen. Das ist das neue Führknauf. Kalt und feucht. Ich habe ein Skelett in der Wohnung, super. Ich habe irgendwo eine Spinne in der Wohnung. Ich höre sie. Mal gar nicht nachgucken. Ich habe sie gefunden. Ja, ich bin auch klar. Ich glaube, du hast zwar noch einen Stack Holz von mir, aber egal. Du weißt es selber nicht mehr so genau. Also du kannst gerne auch Holz von mir haben. Nein, wenn er sagt, es ist ein Stack, dann kriegt er sein Stack wieder zurück. Ich weiß es ja nicht mehr genau, wie viel es waren. Das ist die Frage, wo bist du denn schon wieder? In meiner Wohnung. Ja, da bin ich auch. Ach, du bist oben. Ich habe deinen Namen nicht gesehen. Brauchte ich dich nicht verstecken? Ja, sorry. Ich muss halt auch mal kacken. Ich meine, hier ist nicht mal ein Klo. Scheiße, da einfach hier in die Ecke ist. Unglaublich. Ja, das kommt noch, okay? Nee, ich will nicht zugucken, wie es dann kommt. Nee, nee, ich kriege. Nee, das muss nicht sein. Nein, nein. Ich will dich doch nicht raten. Ich will dich doch nicht raten. Ja. Sonst sind sie weg. Die Wand in der Wand. Wie unlustig ist das denn? Ach ja, Gurdl. Ähm, kleiner Tipp. Ich baue meine Tische etwas anders. Ja, es gibt mehrere Varianten, wie man Tische bauen kann. Das weiß ich mittlerweile auch. Es gibt eine Variante mit dem Zaun und der Druckplatte. Dann sind die richtig schön dünne Tische. Die Variante habe ich gemeint. Bei Gurdl hast du vielleicht mit mir ein paar Pfeile. Aber ich habe mit Polen einen Creeper und wenn der da explodiert... Ich habe nur fünf Pfeile. Kann ich aber gerne haben. Könnte mir mal jemand auf die Schnelle verraten, wo ich hier gerade Druckplatten bauen kann? Ich find's mal wieder nicht. Ähm, erste Seite glaube ich. Bei Mechanismos. Bei Mechanismos. Sechsten Teil, ähm, beim Hebel. Beim Crafting Table. Fast ganz hin. So. Bigfoot, ist der Creeper noch da? Ja, in die zweiten Pue. Also wo du dann durch das Haus schwimmen kannst. Da ist der. Der hängt da fest durch den Strudel, aber ich will ihn trotzdem da drinnen nicht haben. Also im hinteren Teil? Ja. Okay, warte, ich bin da. Ich bin da. Kann er nur aus Wolle bauen. Ähm, toll. Aber Taurus Zeichnung freigeschaltet. In dem Moment wird ich den Creeper abknallt. Hurra, du hast einen Avatar Gegenstand gewonnen. Ein Creeper Base Cap. Gehe zu Xbox Versteuerung. Ähm, ein Schuss hat genügt und der war weg. Hätte ich dir auch sagen können, wenn wir einen Creeper mit Feind töten... Das war die Belohnung. So, was war denn nochmal? Creeper, Pfeile töten? Ja, wenn du einen Creeper tötest, also mit Feind und Bogen, dann kriegst du eben zuhause. Ah, ich hab's. Zum Beispiel, wenn du 100 Minecraft Tage in Überleben übernimmst, kriegst du zum Beispiel eine Minecraft-Uhr. Ja, ich hab ne... Ich hab ein T-Shirt. Gibt's auch noch, wusste ich. Ja, die hätt ich gern in real life und nicht im Spielen, die Sachen. Aber da sind die wahrscheinlich nicht von Microsoft wieder zu geizig. Naja, man kann nicht alles im Leben haben. Ja, dann wär ich schon lange Millionär. Wobei... Wobei, Geld allein macht ja nicht glücklich. Da brauchst du ja noch einiges an Zubehör dazu. Wie das klingt, an Zubehör. Ähm, aber wenn du Geld hast, kannst du dir ja das Zubehör kaufen. Nein, äh... Jein. Nein, jein. Ähm... Nein, muss nicht sein. Ach, ein Wortspiel. Ja! Ja. Wir sind hier nicht bei Berlin Tag und Nacht. Wir haben hier meistens Tag. Wenn wir schlafen, haben wir immer Tag. Schlafen... Das war jetzt ne Logik. Wer hat sie verstanden? Niemand. Da dachte ich mir schon fast. Ähm, ich hab grad Zäune eingepackt. Wo sind die? Da. Hab ich mir geklaut? Es ist nein, dass du grad hier vorbeigelaufen bist. Wer... Wer ist wo vorbeigelaufen? Der in mein Haus. In... Wer? Wissen das? Du! Ich bin bei mir auch im Haus. Nein, nein... Wie soll ich denn bei dir vorbeikommen? Ich glaub, das ist irgendwie Max oder so. Auf der Suche nach Moritz. Je nach Dol. Wo kann man denn hier drin Bigfoot finden? Ah, Hallöchen. Ähm, hast du Wolle? Äh, klar, komm. Ausstück kriegst du. Ich brauch Weiche und Nachte. Ich brauch Weiche und Nachte. Ja, ne... Ja, weiße Wolle hab ich nicht. Doch, hab ich. Warte mal kurz. Da. Wir sind nur neun. Wollst du vielleicht vor ein bisschen was produzieren? Ähm, ja könnte ich. Wie viel brauchst du denn? Ich weiß nicht, ich will nen Fernseher bauen. Im Sofa. Ja, dann bau du erstmal und dann schaust du, äh, wie viel du brauchst und dann kann ich auch meine Schafe färben. Für dich. Komm mal mit. Komm mal mit. Warte. Komm mit, Digga. Also komm mit, ich zeig dir korrekt, was ich meine. Aha. Ähm, ja. Da muss man nach der Zuge und nach dem Pferd helfen. Äh, das könnte ich gleich machen. Du bist alles auf Weiche Wolle macht. Also hier in der Gegend sollen die Sporen nutzen, jetzt gucken wir kommen. Äh, oh. Woher willst du wissen, dass die das Sporen? Wolle so gesagt, dass auf so einer Ebene die Sporen. Eine Warte Wolle hätt ich noch. Ach ja, für'n Sofa bräuchte ich dann noch. Weiße. Ich hab schon mein letztes Pferd gefunden. Äh, schwarze Wolle hab ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht wie viel. Ich könnte dir blaue Wolle anbieten. Hm, schwarze Wolle ich hab für'n Fernseher. Ja, schwarze Wolle ich hab für'n Fernseher. Ja, schwarze Wolle ich hab für'n Fernseher. Ich hab eins gefunden, ich hab eins gefunden. Das ist super, dass du jetzt eins gefunden hast. Wie viel schwarze Wolle hast du? Ja, ich schär grad meine Schafe, ich schau' da jetzt erstmal. Gut. Ähm, hat noch jemand vielleicht diesen gewöhnlichen Stein, den man in der Höhle sieht? Die sind grün, meinst du? Nein, nein, nein. Ähm, wenn du den abbaust, kriegst du ja den Pflaster Stein. Ja? Also den gebrannt meinst du dann? Ja. Ja, den hätte ich da im Moment. Brauchte ich vielleicht zwei, drei Stückchen. Ich dachte, wie groß mein Sofa wird. Ähm, nein. Also die hat erstmal eine blaue Wolle, kannst du alles behalten. Warze Wolle. Weiter kannst du auch behalten, brauch ich auch nicht. Ähm. Wow, spendabel heute. Gebrannten Stein brauchst du. Ähm, nein. Ich dachte nicht alle. Könnt ja mal brennen, wenn du das brauchst. Weiß ich nicht jetzt direkt in den Ofen rein. Also ich hab grad gesehen, eine schwarze Wolle hätte ich auch, wenn du noch brauchst. Ich hab zwölf weiße. Ähm, das bisher schon. Hui. Hallo. Hallo. Guckst du mit in meinen Keller? Nein. Wollt ja gar nicht rein. Bei mir lecken kann ich den ins Stück. Das ist immer so, wenn du... Ich hab ja... Ich hab ja... Ich hab ja... Ich hab ja... Worte ich auf der Welt, wo wir die Slime-Battle gefunden haben? Ja, oder? Ja. Ich könnte die auch schnell mal eine Leine geben. Wenn du das... Wolltest. Wäre sehr nett, weil ich finde...